Hallo, ich bin die Katrin. Ich bin die Inhaberin von Move and Shine. Wir sind ein kleines Fitnessstudio in Süddeutschland, um genau zu sein in Balingen. Wir haben vor zweieinhalb Jahren angefangen mit neun Trainern und null Teilnehmern mit Group Fitness und Personal Training. Mit Zettel und Stift kommt man irgendwann an seine Grenzen und deswegen haben wir uns eine Unterstützung gesucht, die uns computerbasiert bei der Organisation, bei der Planung, bei der Kurskoordination hilft. Wir haben uns informiert auf der FIBO in Köln über die perfekte Software für uns. Wir hatten bestimmte Anforderungen, die wir erfüllt haben wollten. Zuvor hatten wir einen anderen Anbieter, war zunehmend schwierig. Deshalb haben wir uns nach einer Alternative umgesehen und sind jetzt sehr happy. Bereits beim Check-In können wir ganz unkompliziert auf beide Kundentypen, die wir haben, reagieren. Sobald der Kunde sich eincheckt, können wir am Tresen sehen, an der Hardware, ob es ein 10er Kartenkunde ist oder ein Abonnementkunde, der unbegrenztes Kursvolumen hat. Gerade im Group Fitness Bereich haben wir Kurse mit begrenzten Plätzen, wie zum Beispiel Indoor Cycling, wir machen Jumping Fitness. Da war es für uns ganz wichtig, dass wir dem Kunden eine Lösung anbieten können, sich diesen Kurs vorab zu reservieren, bevor er herfährt und dann eventuell auch leer ausgeht. Der Start mit Virtual Gym war sehr einfach für uns. Wir konnten die Daten sofort importieren. Wir hatten jederzeit einen Ansprechpartner. Es war überhaupt kein Problem, der Virtual Gym App unser persönliches Gesicht zu geben. Logos uploaden, Hintergründe, Farben gestalten, kein Problem. Wir sind ja auch in sehr kürzer Zeit sehr schnell gewachsen, von 9 auf inzwischen 40 Mitarbeiter. Und es war überhaupt kein Problem, die neuen Mitarbeiter an die Software heranzuführen, zu integrieren. Unsere Kunden lieben die App, weil sie ist sehr unkompliziert. Man kann sich für den Kurs anmelden, man kann sich selber wieder abmelden. Wir haben mehr Zeit an der Theke für unsere Kunden, müssen nicht mehr so lange in den Computer schauen. Wir vergrößern und erweitern schon wieder, was wir eigentlich ständig tun. Und wir fühlen uns mit Virtual Gym optimal betreut, um Mitgliederwachstum positiv entgegen zu sehen und das alles sehr schnell und konsequent umsetzen zu können.